Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video! Ich bin wieder auf einem Server und werde heute... Ja, ich hab versprochen, dass ich eine Servervorstellung mach. Der Server ist noch nicht fertig und wir haben nicht genug Kommentare für Minecraft Building 2. Deswegen dachte ich mir, ich hab grad einen Server gemacht, hab ein bisschen getrollt, also ein bisschen unsichtbar, hab uns den TNT gesetzt, hier Schilder, ein bisschen gegrieft und da sind echt coole Aufnahmen rausgekommen. Und da dachte ich mir, ja, mach ich einfach mal ein Video. Und ja, jetzt mach ich noch ein Video. Ich tu so, als müsste ich noch nicht und werde einfach mal ein bisschen scrollen. Und tu, als wäre ich gerade weg gewesen, das Essen und wäre jetzt wieder da. Diamond Cutter ist wieder neu dabei, der weiß von allem, aber ihr werdet ihn leider nicht hören, keine Ahnung wieso. Da haben nämlich viele im letzten Video geschrieben. Tut mir auch übrigens leid dafür, aber er mag vielleicht nicht. Ja, ich entfühlte mich jetzt und dann letzt schon. Leute, ich bin wieder da, ich war verraten. Ist der Hacker immer noch in der Lobby? Leute? Hallo? Mein Unklo, ich schließe dich jetzt aus. Das nimmt sie von mir geblieben. Meine Brust. Ich habe weh wollen. Ist der Typ jetzt weg? Ach isst. ich so hat noch jemand ein Hälfte lang anziehen Wo sind die anderen alle hin? Hallo Leute, ich hab ne geile Miene gefunden, was macht ihr so? Mann, lade! Hallo? Leute, hört ihr mich? Hallo? Soweit ich immer frau, ist es ein bisschen neugierig. Oh! Hallo, wie vor wehle ich, dann hätt's ja noch an. Oh, so. Hallo Leute, was macht ihr denn? Leute, Antti, hallo! Hallo, hallo! 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 Hallo? Hallo! 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 Leute? 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 z. Maria? aber nicht. ich weiß nicht im den nicht. wieso ich so rechte nachholen ach baurechte ja gleich ja gleich warte da lästigat Oh So Leute, das war's, was soll's vom Video geschehen, äh Äh, Leute, was soll's mit dem Video geschehen? Das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr schon im Video sehen wollt, lasst auch einen Daumen nach oben da. Äh, ich grüße noch Lafiraktor und Leon B. Falls ihr Spaß bei dem Video hattet, schreibt doch einen Kommentar und, ja, tschau!